halli hallo hallo schon mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu dem stadt ist der crazy freak und der revalo und zwar wollen wir haben hier im menü gerade was gefunden und zwar hier oben bei anwendungsdaten haben wir hier bildmaterial also wir haben hier von kamera aufzeichnungen da würde ich jetzt mal sagen ich gehe mal auf das video und da würde ich sagen seid ihr alle drauf und klicken wir dann gleichzeitig runter ja okay 321 jetzt ich mache melde zentrale hier wagen zuvor wir haben einheit 55 gefunden ist verlassen zentrale hier ist wagen zuvor alter spieler oder als auch noch richtiges kein kein geben sondern so wie ihr leistet also nübel noch gerichtes und auch in gehen nee das war einfach nur geil aufgezeichnet das war und jetzt haben wir noch zivilisten video wollen wir auch gucken zivilisten video ok dann 321 jetzt so Untertitelung des ZDF, 2020 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 nach da ok nach hinten warte mal hier ist noch irgendwo ein Telefon, seht ihr das? ja das ist unsere Aufzeichnung das ist aber da drüben ja nicht alles, die kriegen wir auch noch Onkel ja die Aufzeichnung liegt doch hier, warum soll ich nicht gleich holen? ah, wir kriegen ja alle, wir sind voll die Entdecker erste Symptome, oje, dann fängt das alles an ich brauche Hilfe eine Lootkiste hier, Revalo kommt zurück ja wie seid denn hier? ich dachte ihr wollt zu den vermischten Personen, dachte ich so das hört nicht auf ich, ich brauche eine Hand ich kann sie mit dem Notfallzentrum verbinden nennen sie bitte Namen und Adresse ich bin ganz allein ich will nicht ich will nicht allein sein ok 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 ich zerleg grad alles, meine lieben Freunde ich hab mich grad noch voller Schreck, weil das so ein Geräusch macht hier, da, bumm ja tunnel oder das war doch mal ganz kurz hier drin das macht reale ich wollte aber das stil waren die stehen neu rum ja ich komme ich habe noch das dings angehört hier sage ich doch achte meine ersten symptome akte naja die agenten dinger sind akten wenn die auch hier unten durchgegangen dann kommen wir uns unten zu die bahngleise wo willst du denn? du läufst an uns vorbei mein Freund ja da war er? oh oh ich bin hier immer falsch wo seid ihr denn? manchmal glitscht der ne? manchmal gleitet der ne? wie so auf Schneeschuhen oder auf Schlittschuhen ich bin gerade irgendwo in so einen Bereich rein genau hier hier ist die Aufzeichnung die Akte und erfahren wir jetzt da eigentlich erfahren wir da jetzt eigentlich was mit dem passiert ist weil ich meine ich such das ich guck scheiß doch nicht aufklärungsdaten hier erstes ah halt statt rein oh ja ich hab das falsch gedrückt ähm hier vermisste agenten so steht da irgendwas dort ich hab keine pflichtverteilung ach so hier ach du scheiße die da wer das ist blablabla neigt gelegentlich dazu ja was aber trotzdem es sind jetzt vermisste personen aber so richtig was jetzt passiert ist mit dem vielleicht wenn wir alle gesammelt haben ähm wir können Jacke freischalten wenn wir den finden ne wenn wir alle haben weil egal wo du drauf gehst äh kommt dasselbe ich denk mal du musst alle haben dass du das freischaltest ok ach so ich hab nochmal ja sehr interessant ich werd nochmal kurz markieren weil irgendwie zeigst du die markierung nochmal an ja weil wir ja nicht vielleicht raus sind und wenn du hier reingehst wo ich grad war da ist irgendwie so ein sicherheitsbereich ne ich weiß nicht ob da eine mission ist na lass das mal da wollen wir dann später rein ich sag ja sonst decken sich immer mehr missionen auf wir machen erstmal für den für das eine das ja umso schneller wir auch unsere bereiche aufhaben umso schneller können wir mit den talenten arbeiten erst mal die bereiche machen die wir jetzt schon sehen und dann gehen wir uns nächstes ich will auch hoch alles wollen wir schon geregelt machen sonst hat man soviel durcheinander und soviel offen ich komm nicht hoch da ist doch ein seil ich kann sie benutzen jetzt kann ich benutzen drei jahre später was ist das denn was hast du ach das war nochmal schnell mission hast du gesehen hast du das nicht gesehen könntest du jetzt eine schnell mission anwählen ok das hat dann bloß der anführer telefon belästigung Achtung ich geh rein Hallo ja 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 na Sie kommen sicher in den Himmel! Was war denn das jetzt? So hat der Onkel mich auch mal angerufen. Was ist das Alter? So hat der Onkel mich auch das erste Mal angerufen. Was ist das? Guck mal hier ist die Leiter die wir gesucht haben. Hä? Ich glaube nicht die Leiter. Aber ich geh trotzdem hoch. Eine rote Jacke. Hier gibt es nichts. Weißt du doch gar nicht. Geh erstmal gucken. Weiß ich. Sieht man doch. Oder siehst du hier irgendwas? Wir können hier noch höher. Und das war auf der Seite hier hinten. Ist doch ganz gut anders. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ist doch aber ganz gut anders. Oder? Jaja. Okay. Eine ganz andere Ecke hier. Hätte ja sein können. Ich rutsche runter. Geht schneller. Ach so. Warte mal. Hier ist noch was. Apropos wenn ich mal sag schnell Mission dann nehme ich so eine schnell Mission an. Weil ich muss ganz kurz da. Zwischen, drei Sekunden oder so. Da kann ich die annehmen. Ja. Hier ist eine Lootkiste. Ja. Okay. Dann mach ich mal das nächste Ziel. Ja. Äh. Hauptbatsis. Ne. Wir müssen zu Hauptbatsis. 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 Wer ist denn hier mein Freund? Mit Roy Bennetts in der Basis reden. Ja. Moment. Wir haben doch hier noch. Ne. Wir. Wenn wir. Ähm. Ich will aber dieses. Äh. Ja. Was du willst. Wir wollen alle zusammen. Und das ist ja auch hier. Wir müssen nicht der Hauptbatsis. Guck mal. Hier haben wir doch gleich die Straßensperre. Die holen wir uns noch. Kampf. Meinst du? Ja. Straßensperre. Achtung. Deckung. Da sind die Leute. Ich scanne durch. Ja. Liegt ihr auf dem Weg. Ah. Da sind sie. Ich habe sie im Visier. Sag Bescheid. Ich gehe ein bisschen vor. Ja. Ich schneide mich ein Stück vor. Weil das. Ach. Die haben ihn. Müssen wir ein bisschen drauf an. Alles. Ah. Scheiße. Das war doch kein Gegner. Das war. Äh. Kein Güter. Verdammt. Verdammt. Ich dachte das war immer wieder den sie erschießen. Ich wollte den jetzt retten. Was bringt die meisten Loot? Na immer wenn du im Kopf schießt. Ja klar. Ja. Es ist ein Headshot Game. Was ist das jetzt? Was? Was ist das jetzt? Ich werde mir nicht vorstellen. Ach das das alle waren. Ne. Hier steht doch. Da oben steht doch. Ja. Hier ist noch ein Aggregat. Da müssen wir was machen. Konsole benutzen. Bist du da Onkel? Ja ja. Konsolebeet benutzt. Guck mal das Knöpfchen. JTF Verstärkung anfordert. Okay. JTF Verstärkung. Ja. Verteidigen. Verteidigen. Achtung. Irgendeiner schießt auf mich. Ja. Ah. Von dort oben. Ich gehe vor in die Deckung. Eieieiei. Ich gehe doch nicht. Warte. Ich schmeiß mit Granaden. Oh Mann ey. Ich renne wieder so falsch. Ihr Penner sagt er. Alter. Ja. Wie sie fallen du. Wie die fliegen. Nachladen. Der ist festgewickelt. Ich liebe den Sniper und die Granate. Zauber. Wohl. Grün. Zaidschacht. Warnung. Ja. Achtung. 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 Uhhh. Ja. Ich gehe jetzt mal in die Deckung. Das geht also nicht mehr. Wir waren noch jemals in Deckung. Bin ich. Rumzustehen. Ich hatte gerade noch die Waffe ansisiert lassen. Stimmt, es gibt verschiedene Hitpaints, da gibt es immer besseres Loot. Jaja, das habe ich gemerkt. Wenn du auf den Kopf schießt, dann gibt es das beste Loot natürlich. Sauber. Cool. 1.500 Erfahrungspunkte, korrekt. Und Sicherheitspunkte, die brauchen wir ja gleich, wenn wir das Ding frei bauen. Cool. Und da sind unsere Jungs, guck mal, die kommen direkt. Geil, wie sie da aussteigen. Die sind eben schon gekommen. Hallo. Erschienen. Okay, was haben wir denn noch so? Stetig sterben oder was? Nein. Ähm. Was mich auch mal interessieren würde, ist so ein Safehouse. Wenn wir das sichern. Hab ich doch vor uns gerade gesagt, lass uns doch erstmal das machen, was wir haben. Und dann gehen wir ins Safehouse und dann kriegen wir neue Missionen. Denke ich mir mal, dass das so abläuft. Richtig. Ja, ich könnte auch sein, dass das mit der Basis immer was zu tun hat. Das ist ein Safehouse, wie der Name schon sagt. Naja. Wo ist jetzt die Basis eigentlich? Mund. Die Hauptbasis ist hier unten. Ganz fett. Operation Basis. Da kann man sogar einfach hin Blitzreise machen. Ach, da wird nix in die Blitzreise. Der Blitzreise da. Da schon sagen, wir nehmen die ganzen Dinger hier auf dem Weg noch mit, wie zum Beispiel das. Da machen wir uns, per, geh mal langsam zur Basis. Ja. Und dann haben wir das Zug aufrücken. Aufrücken. Warte mal, warte mal. Dann nehm doch das Safehouse mit. Wollen wir mal gucken, was da ist oder was? Das ist ja gleich daneben. Obwohl, dann machen wir erst den Kampf und dann gleich das Safehouse mit. Genau, machen wir den Kampf und dann probieren wir mal das Safehouse aus. Okay, machen wir das. Sonst wäre das ja Quatsch, wenn wir das übergehen. Wenn wir eh schon da sind, können wir es dann mitnehmen. Safehouse in the Middle Office. Ja, aber erstmal machen wir den Kampf. Ja, 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 ja. Ich finde das so geil, wenn der abbremst, dann rutscht der immer so. Nö. Ne, eben. 2 oder 72. Sie haben genug Material, um Objekte in der Fertigungsstation der Operationsbasis anzufertigen. Also können wir bald mal selber Sachen bauen. Boah, das wird noch so geil alles. Kannst du doch, kannst du doch vorher schon. Ja, aber du hattest doch kein Material, kein Stoff, keine Waffenteile. Deshalb nehme ich hier alle Waffen auseinander, die ich nicht brauche. Deshalb zerlege ich die alle. Alles, was ich nicht brauche, zerlege ich. Jetzt rutscht er nicht mehr. Nö. Und das Feinde? Ne, das sind normale Zivilisten, ne. Einfach einmal schießen, dann weißt du's. Oh, ein Hund. Nein. Du Sau. Psch. Ist doch mein Hund. Kann man hier helfen, irgendwie? Achtung Feinde. Achtung, sind wir schon da. Ist das hier ein Feind? Warte, ich geh mal hier vor. Ne. Hör mir zu. Wir müssen weiter. Da sind Feinde voraus. Gehen wir zu dem Gabelstab, ne? Bin, äh, bereit. Sag, wen wir anwarten. Ja, schießt, da wolltet ihr noch schießen. Ich muss loslegen. Jetzt will da aber wirklich jemanden noch schießen. Jetzt will da aber wirklich jemanden noch schießen. Ah ja, immer auf den Kopf. Immer schön auf den Kopf. Ich schmeiß mir gar nicht nachher da oben hin. Kann mich nicht rühren. Yeah. Feinde tot. Noch mehr Feinde, oder? Ja. Ich will aber den Loot noch haben. Ich glaube hier sogar eine cool Decken. Ein Rucksack. Ah, da dritten. So. Du bist einer von denen. Du bist einer von denen. Warte hin. Dankeschön. Dankeschön. Ey, die wollen uns umgehen, die Säcke. Nein, ich weiß nicht. Ja, die sind blind. Haha, ich wurde erwischt. Alter, hier ist einer bei mir. Ja. Wer war bei dir? Boah, ist das easy. Alter, hier ist ein Hof. Boah, alles grün, grün, grün. Wir wurden richtig weggemäht. Und überall grün ist Loot. Ja. Ah, grün ist das schön. Schau, jetzt hier eigentlich. Geiselrettung. Dann machen wir gleich mit. Los. Ach, das haben wir schon gemacht gerade. Was haben wir schon gemacht? Hier, hier musst du noch zu Ende machen. Ja. Das ist ja, das gehört mir noch dazu. Geiselbefreien. Elektroniker. Die ganzen Kisten. Die ganzen Kisten. Die Kisten zu öffnen. Elektronik, elektronik, elektronik. 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 Elektronik aufmachen, Herr Onkel. Ja. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Zivilisten sind sicher. Korrekt. Geh weg, geh weg, du blöde Sau. Und die sehen wieder total happy aus. Jo, grüß dich, jo. Voll gechillt, ne? Ja. Mal geh weg jetzt. Geh, die Lootkiste. Ich bin Zivilisten. Okay, hier geht's rein. Oh, da ist was mit Dietrichs Set. Ja, Dietrich, ich hab geöffnet schon die Tür. Irgendwas in der Militärversion. Hab ich gehabt. Ah, ich hab dann mal... So hat's hier grad mit Dietrich geöffnet. Ah, hier gibt's auch wieder ne große Lootkiste. Oh, blauen Rucksack. Wow. Mmh. Holt euch das aus der Kiste. Wehre Schutz holst du. In blau. Lassen. Noch, äh, Rwano? Bom. Muss grad ein bisschen was verkaufen. Verkaufen? Verkaufen? Ja. Verlegen meinst du? Meine ich doch. Dann sag's auch. Alalala. Stufe 6. Das kommt auch weg. Ah. Alles zu legen, was du nicht brauchst. Weg mit dem Rotz. Der hat aber 6. Oh, jetzt hab ich einen Schalldämpfer. Jetzt kann ich einen Schalldämpfer machen. Der blaue Rucksack, der bringt gar nichts. Der ist viel besser, wenn ich hab. Ja, ja. Der ist Special Rucksack. Jetzt hab ich einen schönen Schalldämpfer von meiner Sniper. Hier haben wir eigentlich am größten. Okay, das bringt alles gar nichts. Was wir hier haben. Rucksack. Alter, wieso krieg ich noch einen Rucksack? Eine Schultertasche, wieso krieg ich gelösse? Stufe 15. Nee, Rüstung 15. Warum? Bauarbeiterhandschuhe. Ja. Ja, liebe Freunde. Das war's schon wieder. Warum? Karte ist zu Ende. Weil die Zeit rennt wie Sau. Bei dem Spiel hier auf jeden Fall. Mhm. Das ist richtig gemein. Ich hab' ich jetzt gerade mal entschieden. Ich warte mal. Ja. Du hörst. Andere Mütze aufsetzen. Ich muss ja wieder Aufklärung starten. Achso, das ist das Telefonding. Na komm, das ist doch cool. Äh, wo ist denn das Telefonding? Och, hier ganz unten. Was macht ihr denn so lange da hinten? Ich hab' hier noch so'n Telefond... ...dings gehabt bei Aufklärungsdaten. Ciao, da. Muss ich noch wegklicken. Oh, meine coole Mütze an, crazy. Halt, wo bist du? Ja, hier. Hier. Ach, ne Bömmel. Hahaha. Wieso heißen die eigentlich Bömmel? Müsst das nicht eigentlich Bommel heißen? Keine Ahnung. Ja. Was ist denn jetzt mit Rewano hier? Was macht der denn? Ja, ich bin grad Baffe am Basteln. Er hat auch ne Bommel. Na. Ja gut, dann, äh, wer war dran? Ich. Ja, wundervoll. Ja gut, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss für heute. Und wir werden jetzt, äh, äh, als nächstes bei uns zur, äh, zu dem, ähm, Safe Room vorarbeiten. Und dann geht's ab zur Heimatbasis. Und ja, die ganze Mission nehmen wir natürlich zwischendrin mit. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Juuu. Anerah. anerah